Nur nach Hausen, nur nach Hausen, in den Krieg gelegt. Alle fassen von der Spannung auf das Land, wo sie sich lebt. Denn die jungen Menschen und der Hertha haben alle nur ein Ziel. Heute wollen sie gewinnen. Wir brauchen ein Zentrum, wir brauchen ein Zentrum, wir brauchen ein Zentrum, wir brauchen ein Zentrum.